Heute geht es um das Thema Cybermobbing. Was ist Cybermobbing, wo findet es statt und wie sieht eine Prävention und Intervention zu Cybermobbing aus? Als allererstes müssen wir uns einmal die Jugendlichen anschauen, denn wir fokussieren uns hier auf Cybermobbing unter Jugendlichen. Das heißt natürlich nicht, dass das ein Jugendphänomen ist, auch unter Erwachsenen wird gemobbt, aber für uns als Sozialarbeiterinnen sind natürlich die Jugendlichen eine Zielgruppe, mit denen wir arbeiten und mit denen wir wahrscheinlich auch Mobbingfälle bearbeiten. Was wichtig ist, ist, dass im Jugendalter ein Umbau des Gehirns stattfindet und wir deshalb auch so etwas haben wie manchmal eine etwas verminderte Impulskontrolle. Manche gehen so weit und reden von einer Impulskontrollstörung. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Das heißt aber viele Handlungen sind impulsiv und das ist auch etwas, was wir beim Cybermobbing immer wieder bemerken werden, dass Jugendliche einfach auf einen Reiz reagieren und gar nicht so richtig nachdenken, was sie da eigentlich gerade tun. Wichtig ist auch, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es um eine Abgrenzung zu den Erwachsenen geht. Das ist eine normale Entwicklungsaufgabe, Hinwendung zu den Peers, weg von den Erwachsenen und das hat natürlich zur Folge, dass sie a nicht so gerne über das reden, was ihnen da so im Netz passiert und b auch Dinge tun, die Erwachsene nicht gut finden, und zwar ganz absichtlich wegen der Abgrenzung. Wie ich schon erwähnt habe, ist das ja kein Jugendphänomen, sondern die Jugendlichen erleben Mobbing als Teil unserer Kultur. Das kommt immer wieder vor. Es gibt YouTube Pranks, die sich zwischen irgendwie Mobbing und Spaß bewegen. Im Fernsehen wird teilweise relativ heftig gemobbt und dort ist es irgendwie erlaubt und wird ausgestrahlt, die Leute, die mitmachen, werden dafür gelobt und wenn sie das machen, wird das wieder anders gesehen. Die Bandbreite von Online Mobbing ist relativ groß. Vieles, was einem in der Praxis dann als Online Mobbing verkauft wird, ist überhaupt kein Online Mobbing im klassischen Sinne. Das habe ich zum Beispiel mal erlebt in einer vierten Klasse. Dort hatten Schüler ein Facebook-Profil ihrer Lehrerin angelegt und haben dann von diesem Profil aus anderen Schülern geschrieben, wenn sie keine Schokolade mit in die Schule bringen, dann kriegen sie schlechte Noten. Und die Lehrerin hat sich gewundert, warum sie immer Schokolade mitgebracht kriegt, bis dann eben rauskam, was dort eigentlich dahinter steckt. Das ist natürlich kein Online Mobbing. Es sind aber viele Sachen, die einem da begegnen unter diesem Begriff und wo als Pädagogin, Pädagoge man eigentlich sagt, es ist relativ egal, ob das jetzt Online Mobbing ist oder irgendwas anderes, ein Konflikt, ein Stress im Netz. Wir müssen uns drum kümmern. Wenn es tatsächlich Online Mobbing ist, dann geht es über einen längeren Zeitraum. Wir haben ein Machtungleichgewicht, eine Gruppe gegen einen einzelnen und meistens ist es auch so, dass das Ganze nicht mehr nur im Netz abläuft, sondern tatsächlich eben offline und online abläuft. Dann werden Fake-Profile erstellt. Dort werden dann peinliche Fotos gemacht, irgendwelche Memes von den Leuten erstellt. Es wird manchmal vielleicht auch dazu aufgerufen, sie tatsächlich auf dem Nachhauseweg zu verprügeln. Man wird im Internet beschimpft. Das kann relativ weit gehen, bis hin zu einem Fall, den ich mal hatte, wo von einer Schülerin Fake-Nackt-Fotos erstellt wurden. Diese würden dann auf einer Pornoseite gehostet, die in Russland lag und von da aus würde dann der Link zu dieser Seite mit ihrem Namen, ihrer Adresse, ihrer Telefonnummer weiter verbreitet über Foren, aber auch über Sexforen, sodass hier relativ schnell ein ziemlicher Druck auf dieses Mädchen entstanden ist. Die Besonderheit von Online Mobbing, warum man es trotzdem noch mal ein bisschen anders betrachten muss wie klassisches Mobbing, ist, dass ich nicht davor weglaufen kann. Ich habe keine sicheren Zeiten und keine sicheren Orte. Ich habe im Zweifel ein weltweites Publikum für das, was ich dort anstelle. Manchmal kriegt man auch gar nicht raus, wer alles daran beteiligt ist. Wobei das bei Jugendlichen eher weniger der Fall ist, denn eigentlich macht Mobbing nur Sinn, wenn die Person, die gemobbt wird, weiß, dass ich sie mobbe, weil es meistens darum geht, die eigene Stellung innerhalb einer Gruppe zu erhöhen. Und diese soziale Reputation kriege ich natürlich nur, wenn die anderen wissen, was ich da tue. Ganz wichtig ist auch, dass es häufig unkontrollierbar ist. Das heißt, ich habe ganz oft Fälle erlebt, die eigentlich ursprünglich gar nicht als Mobbing gedacht waren, dann aber ausgeartet sind. Ein unbedachter Kommentar und andere haben drunter geschrieben, ich sehe das genauso und schon steckt man drin und muss irgendwie immer weitermachen. Die ständige Wiederholung, weil ich es immer wieder lese, es manchmal auch nach einem halben Jahr wieder auftaucht, spielt natürlich auch eine Rolle. Außerdem verändert sich die Rolle der Möglicher, also die, die beim Mobbing zuschauen. Denn die richtige Intervention durch Freunde ist komplexer. Also wenn ich sehe, da passiert irgendwas, was mir nicht passt, würde ich mich offline hinstellen und sagen, hey, hört auf mit dem Scheiß. Wenn ich das gleich im Internet mache, kommt es jetzt darauf an, auf welcher Plattform ich bin, dann kann ich das Problem haben, dass ich durch die algorithmische Gewichtung von Beiträgen erst dafür sorge, dass der Beitrag prominent anderen angezeigt wird und das heißt, dass Mobbing verbreite und nicht verhindere. Das heißt, hier muss man doch genauer hinschauen, wie beim Offline Mobbing. Außerdem kann das Internet Konflikte verstärken, durch einfach die Schnelllebigkeit, durch die Polarisierung, die das Internet manchmal in sich trägt, diese Distanz, diese gefühlte, aber auch durch die Trennung von Freunden und Bekannten, die im Internet ein bisschen verschwommen ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei WhatsApp das Gefühl, dass ich immer mit Freunden schreibe oder ich schreibe dort tatsächlich immer mit Freunden und bin es eigentlich gewohnt, über dieses Medium halbwegs private Sachen zu teilen und dann taucht dort plötzlich jemand auf, den ich noch nicht so gut kenne, gerade erst kennengelernt habe, neu an der Schule ist und nachdem ich es gewohnt bin, in diesem Medium private Dinge zu teilen, ist es natürlich relativ schnell so, dass ich dann auch mit Leuten, die ich eigentlich nicht so gut kenne, private Dinge teile, weil es das Medium einfach hergibt. Hinzu kommt der Online-Enthemmungseffekt, der besagt, dass eben die Impulszügelung noch schwerer ist, wenn ich online kommuniziere, weil die soziale Kontrolle fehlt oder nicht spürbar ist. Das heißt, ich sehe nicht, wie der andere auf das reagiert, was ich tue. Ich sehe nicht, wenn ich jemanden verletze. Außerdem habe ich das Gefühl, der andere kennt mich nicht, kann mich eh nicht sehen. Es ist nur in meinem Kopf und nur ein Spiel. Zudem besteht eben bei Mobbing, egal ob offline oder online, immer ein systemischer Zusammenhang. Und wir schauen uns mal eine Grafik von Pro Mediation an. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Hier sieht man eben tatsächlich, dass es verschiedene Akteure gibt, Mobbing-Akteure, Mobbing-Betroffene, Möglicher, die eingebettet sind in strukturelle Bedingungen. Und Schule ist leider zum Beispiel eine strukturelle Bedingung mit Druck, mit Wettbewerb, die Mobbing verstärkt. Und wir haben natürlich auch Außensysteme, die eine Rolle spielen. Sehr schön an dieser Grafik finde ich, dass der Mobbing oder die Mobbing-Betroffene nicht Opfer genannt wird. Denn Opfer, das weiß jeder, der mit Jugendlichen arbeitet, ist schon ziemlich besetzt, wird viel verwendet. Und es hat eben auch so etwas Passives. Mobbing-Betroffene ist ein bisschen positiver. Genauso wie Täter, hier zu sagen Akteure und Ermöglicher. Und dieser Zusammenhang verändert sich natürlich auch im Internet. Schauen wir uns ein paar Studien zum Thema Cybermobbing an. In vielen Studien ist die Definition von Cybermobbing ein bisschen schwammig. Dort wird dann schon jemand als Cybermobbing-Betroffener gekennzeichnet, wenn man mal im Netz beleidigt würde. Aber das ist, wie gesagt, noch kein Mobbing. Und hier habe ich jetzt gleich zwei Studien. Eine, die ich hilfreich finde und eine, die ich nicht so hilfreich finde, die wir uns anschauen können. Dafür brauchen wir natürlich jetzt erstmal die Definition. Also Online Mobbing oder Cybermobbing ist mit digitalen Medien ein absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen über einen längeren Zeitraum. Wir brauchen ein Machtungleichgewicht und eine Gruppe versus Einzelpersonen. Ansonsten ist es per Definition kein Cybermobbing. Wenn ich also eine Studie mache, sollte ich das wissen, wenn ich praktisch handle. Wie gesagt, es ist ein bisschen was anderes, wie wir da mit solchen Definitionen umgehen. Beispielsweise würde diese Definition in der CyberLife2-Studie 2017 vom Bündnis gegen Cybermobbing ein bisschen ignoriert. Und sie kamen zu relativ großen Zahlen und das ist leider nicht verwunderlich. Und jetzt könnte man auch erstmal sagen, das ist vollkommen okay. Aber für mich hat das Ganze dann doch einen komischen Beigeschmack. Nicht nur, weil die Studie zum Beispiel von der Deutschen Telekom unterstützt würde und man dann eben auch dazu aufgerufen würde, sich doch an die Deutsche Telekom und so eine Hilfs-Hotline zu wenden. Wenn man dort angerufen hat, hat man dann übrigens ein Abo abgeschlossen. Total toll! Das Problem, das ich mit diesen hohen Zahlen habe, ist, dass dadurch eine Panikmache entsteht. Und die Panikmache verstärkt den Rückzug der Jugendlichen. Denn, wir nehmen mal an, meine Eltern haben wenig Ahnung vom Internet. Was auch echt so ist, aber ich wäre jetzt mal die Jugendliche. Und dann möchte ich gerne WhatsApp nutzen oder TikTok oder sonst was. Und meine Eltern sagen, nein, darfst du nicht. Ich habe gehört, so und so viel Prozent der Jugendlichen werden im Internet gemobbt. Das ist wahnsinnig gefährlich. Was mache ich dann? Ich nutze das Medium natürlich trotzdem, aber ich erzähle es meinen Eltern nicht mehr. Das heißt, wenn mir hier etwas passiert, dann kann ich nicht mit meinen Vertrauenspersonen darüber sprechen. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit den Studien und Panikmache. Eine andere Studie, die ich jetzt hilfreich finde, auch schon ein bisschen älter, ist die Studie vom JFF Konflikte im Netz. Sie haben drei Sachen herausgefunden, wo ich pädagogische Anknüpfungspunkte sehe. Das Konfliktpotenzial im Netz liegt bei Freunden von Freunden. Pädagogisch gesehen, Privatsphäreneinstellungen sind super. Zweitens, Hilfe von engen Freunden erwünscht nicht von Erwachsenen. Wenn einem Erwachsene dabei helfen, ist das eher peinlich. Das heißt, Peer-to-Peer-Projekte, dass man Gleichaltrige stark macht, zu helfen. Dazu komme ich auch nochmal. Und sie sagen, wenn man eingreift, also die Jugendlichen, muss man das eigene Risiko abwägen. Ich muss nicht eingreifen, wenn ich mich selber dadurch in Gefahr begebe. Das heißt, was machen wir? Wir zeigen ihnen Strategien, wie kann ich bei Mobbing eingreifen, ohne mich in Gefahr zu begeben. Zum Beispiel, indem ich einfach meine Freunde aktiviere und sage, hier, wie findest du das, was die gemobbt wird? Ich finde scheiße, du auch? Hey, lass uns gemeinsam was machen. Und schon ist das Risiko, dass ich auch gemobbt werde, relativ gering. Muss man ihnen aber erzählen. Warum wir überhaupt was dagegen tun sollten, ist ein bisschen Captain Obvious. Das Ganze hat natürlich negative Auswirkungen. Es fördert das Misstrauen in die komplette Umgebung, in die Freunde. Man kann sich nicht mehr wirklich entfalten. Schlechte Schulleistungen, körperliche Symptome, Bauchweh, Kopfweh. Das ganze Leben könnte sich verändern dadurch. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass wenn man im Kinder- und Jugendalter gemobbt wird, man sein Leben lang Probleme hat, gute Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Im schlimmsten Falle zusammen mit vielen anderen Faktoren, natürlich Selbstmord oder Aggression nach außen. Rechtlich gesehen gibt es keinen Anti-Cyber-Mobbing Paragrafen, aber es gibt einiges, was zutrifft. Zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede, Recht am eigenen Bild oder 201a StGB. Hier geht es um die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Das heißt, es ist durchaus rechtlich einige Handhabe gegen Cybermobbing da. Die Rolle der Erwachsenen müssen wir uns jetzt natürlich auch nochmal anschauen. Wichtig, egal in welcher Situation sie sind, man muss immer die Zustimmung des oder der Betroffenen einholen. Ansonsten verstärkt man noch das Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit bei der oder dem Betroffenen. Als Pädagogin ist es wichtig, dass man dann die Füße still hält, wenn man diese Zustimmung erstmal nicht bekommt. Man fragt dann immer wieder nach, bleibt dran und irgendwann kriegt man die Zustimmung. Aber das ist manchmal auch ein Test, ob man denn tatsächlich zu seinem oder ihrem Wort steht. Ansonsten gibt es aber die andere Situation, wenn man direkt dabei ist, während jemand gemobbt wird. Dann muss man als Erwachsener sofort reagieren, denn wenn man das nicht tut, sendet es das Signal aus, dass man das Mobbing gut findet. Außerdem sollte man seine eigenen Grenzen formulieren, also was kann ich leisten, was nicht. Zudem, das gilt jetzt für Eltern, aber auch für Pädagogen jeglicher Art, sollte man eine offene Grundhaltung signalisieren. Kinder und Jugendliche kommen nicht zu einem, wenn sie erwarten, dass einer der folgenden Sätze kommt. Dieses Scheiß-Internet habe ich dir doch gleich gesagt oder der Computer kommt weg. Die Lösung des Ganzen ist relativ komplex. Wir haben zum Beispiel Mobbing aus Langeweile. Da ist die Sache mit, wie erkläre ich jemandem, dem das absolute Unrechtsbewusstsein fehlt, was da gerade passiert ist. Wobei das allerdings oft funktioniert, wenn man damit wirklich konfrontiert wird. Die Mischung aus Online und Offline macht schwer, dieses System zu durchschauen und mitzukriegen, was da eigentlich tatsächlich passiert. Für Erwachsene ist zudem Jugendsprache oft nicht entschlüsselbar. In der einen Situation ist Schlampe eine Beleidigung, in der anderen kann es ein Kompliment sein. Es kommt auf die Gruppe der Jugendlichen drauf an und völlig harmlos scheinende Ausdrücke können die größten Beleidigungen sein. Und die Problemlösung ist oft nur interdisziplinär möglich. Je nachdem, was passiert ist, brauche ich zum Beispiel die Polizei dazu. Manchmal brauche ich Psychologen, Psychotherapeuten. Es ist relativ wichtig, hier gemeinsam an die Sache heranzugehen. Was eine gute Lösung ist im präventiven Bereich, sind Peer-to-Peer-Projekte. Das heißt, Jugendliche wenden sich lieber an Gleichaltrige mit den Problemen. Ältere Jugendliche werden als Vorbilder gesehen. Und man kann diese zum Beispiel auch berichten lassen. Wie war das damals, als ich selber Mobbing-Opfer war? Wie habe ich es daraus geschafft? Was hat mir geholfen? Und damit kann man zum Beispiel Opfern auch eine Perspektive geben oder Mobbing-Betroffenen eine Perspektive geben mit Du bleibst nicht ewig in dieser Rolle. Und wenn ich selber mal Mobbing-Akteur war, dann kann ich eben auch sagen Boah, das war damals voll scheiße, was ich gemacht habe. Und heute würde ich es ganz anders machen. Solche Sachen wirken Wunder. Was noch dazu kommt, ist, dass die Peers relativ schnell Dinge mitkriegen, weil sie in den gleichen Netzwerken unterwegs sind. Und wenn sie wissen, wie, können sie relativ schnell reagieren und oft reagieren, bevor man ein langfristiges Problem hat. Wichtig, es gibt jede Menge Peer-Projekte. Was vielen fehlt, sind verlässliche, erwachsene Ansprechpartner. Und die müssen 24-7 erreichbar sein. Man braucht einen Notfallplan. Was ist denn, wenn die Peers, das kommt nicht oft vor, aber wenn sie wirklich etwas sehen, dass zum Beispiel jemand an den Selbstmord androht, dann brauchen die jemanden, den ich in dem Moment ansprechen kann, der dann die Peers eben nicht alleine lässt. Was sehr gut hilft und womit man sehr gute Erfahrungen bei klassischem Mobbing gemacht hat, was in Varianten eben auch bei Online-Mobbing funktioniert, ist der No-Blame-Aproach, wo wirklich geguckt wird, wie kann ich die Situation lösen? Und nicht geschaut wird, was ist wann, wie, wo passiert, wer hat wem was wann angetan. Das kriegen sie eh nicht raus. Wichtig ist hier zu gucken, wie kann man zukünftiges Mobbing verhindern. Ein paar Infos zum Ansatz verlinke ich nochmal unten. Was es auch gibt, ist relativ gutes Material, sehr, sehr ausführlich allerdings, von clicksafe.de zum Thema. Da kann man ruhig auch mal reinschauen. Soviel erstmal zum Thema Online-Mobbing. Bis bald!